Der Turnsport in der Schweiz. Der grösste Breitensport. Gymnastik Fantastik. Sport und Fantasie einmalig. Claudio Capelli. Top-Seeländer-Sportler. Nachhaltigkeit. Heute eine Selbstverständlichkeit auch bei einem grossen Anlass. 60.000 Turnende am Eigenössischen Turnfest 2013. Eine gewaltige Zahl und eine gewaltige Chance für die Region und für Nidau. Nidau. Eine wunderschöne kleine Stadt am Billersee, scharniert zwischen Stadt und Land. Das Fest am See. Das müssen Sie erlebt haben. 17.000 Jugendliche am Eigenössischen Turnfest 2013. Super, dass sich die Jugend noch begeistern kann. Super, dass die Jugend noch teilnehmen will. Ich hoffe, es wird auch weiter so gehen. Adrian Kneubüller und das Turnen. Kampfgeist groß, technisches Können klein. Das letzte, Nidau und das Eigenössische Turnfest 2013. Nidau, das Festzentrum. Erholen Sie hier in Nidau von den Wettkämpfen und genießen Sie einfach die einmalige Lage. ZEINŢENKA ZEINŢENKA ZEINŢENKA